Finden Laura und John bei »Gute Zeiten, schlechte Zeiten« endlich ihr Happy End mit Verlobung und Hochzeit? Monatelang war Laura »Krysenshi Kawasi« bei GZSZ auf der Flucht. Während John, Felix von Jaschaoff, Moritz, Lennart Borchardt und Yvonne »Gieser-Zach« um ihr Leben bangten, lebte sie im Untergrund, um der Rache der Kryptobetrüger zu entgehen. Eine weise Entscheidung, wie sich rückblickend herausstellte. Schließlich trachtete Auftragsmörderin Zoe, Lara Dandelion Seibert, ihr nach dem Leben. Nach dem großen Showdown auf einem abgelegenen Flugplatz nahe Berlin, sieht es aktuell so aus, als ob etwas Ruhe eingekehrt wäre. Zoe befindet sich in Polizeigewahrsam und Laura wagte sich in den Arm ihrer Familie zurück. Nach Lauras Rückkehr sind alle Konflikte aus dem Frühjahr vergessen, selbst die fingierte Schutzgelderpressung. Sogar Johanna, Charlotte Reschke, hat Laura verziehen. Sie ist so taff, spricht sie vor Michi, Lars Pape, sogar bewundern von ihrer Stiefschwester, die immerhin aus einem abstürzenden Flugzeug gesprungen ist, und sich in bester Bond-Manier mit einem Jet-Ski und 10 Millionen Euro absetzte. GZSZ John will Laura heiraten. Doch die Zeit vor Lauras Verschwinden war nicht nur von Streit und Betrug bestimmt. Während sie im Clinch mit ihrer Familie lag, lief es mit John dafür richtig gut. Erinnert ihr euch? Bevor Laura untertauchte, wollte er ihr in Griechenland einen Heiratsantrag machen. Viele Fans meinen, dass die beiden sich nach dem ganzen Drama im Winter das Jahr Wort geben werden. Grund für die Annahme ist die Sonderfolge, die RTL gerade in Spielfilmlänge in Paris drehen lässt. Würde die Stadt der Liebe nicht die bestmögliche Kulisse für das Happy End bieten? Auf Instagram zeigen sich viele Fans davon überzeugt, dass es in Paris um Lauras und Johns Hochzeit gehen wird. Dabei verweisen sie auf den Ring an Lauras Finger, dass Emily, Anne Menden, die beiden begleitet, könnte ebenfalls ein Indiz sein. Schließlich wäre Johns geliebte Schwester die perfekte Trotzkin. Untertitelung des ZDF für funk, 2017